Vor in Tschechien gekauften Feuerwerkskörpern wird gewarnt. Diese tragen oft keine entsprechenden Prüfzeichen. Ihre Gefährlichkeit ist von außen nicht erkennbar. Um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden, wird die Polizei in den letzten Wochen des Jahres die Kontrolltätigkeit gerade in den Grenzbezirken zu Tschechien erhöhen. Der Besitz von illegalen Feuerwerksartikeln ist strafbar und man muss mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro rechnen. Diesen Servicetipp widmet Ihnen der Pyrotechnik Handel in der WKO Oberösterreich.